Machtwechsel. Schönen Dank für Ihre Frage. Nachgefragt. Ihre Frage ist absolut nachvollziehbar. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren. Machtwechsel. Nachgefragt. Nicht wer zuerst die Waffen ergreift, ist Anstifter des Unheils, sondern wer dazu nötigt. Dieser Satz von Machiavelli passt in die Debatte, die in Deutschland seit Wochen über die Taurus-Lieferung geführt wird. Olaf Scholz hat nun Anfang dieser Woche zu seinem Taurus-Nein erklärt. Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das. Unser Hörer Michael Frischke möchte es gerne genauer wissen. Ganz im Sinne des ehemaligen französischen Premierministers Raymond Barre, um mal wieder einen französischen Namen ins Spiel zu bringen, damit Robin und ich Gelegenheit haben, an unserer Aussprache zu arbeiten. Also, von Raymond Barre stammen die Worte, die erbarmungsloseste Waffe ist die gelassene Darlegung der Fakten. Und Robin, das kannst du gleich tun, gelassen Fakten darlegen, wenn ich dir jetzt endlich die Frage unseres Hörers stelle. Also, welche Befugnisse hat der Kanzler und welche das Parlament bei Waffendieferungen? Kann das Parlament ohne Kanzlerzustimmung Waffendieferungen in das Ausland, beispielsweise in die Ukraine genehmigen? Oder andersherum? Welche Rolle spielt dabei der Verteidigungsausschuss? Überspitzt zusätzlich gefragt, welche Macht hätte Frau Strack-Zimmermann oder andere Parlamentarier in Bezug auf Waffendieferungen? Den Bundeskanzler zitierend sage ich schönen Dank für die Frage. Für die vielen Fragen, ha? Nee, ich meinte ja genau diese, weil ich finde, die Frage ist super. Die führt nämlich ins Herz der kommenden Woche, wo im Bundestag ja wieder über den Taurus abgestimmt wird. So, und ich bin schon mehrmals gefragt worden, auch von Kollegen und Freunden, wenn jetzt da die Mehrheit sich verändern würde, würde das denn heißen, dass geliefert wird? Und die Antwort ist nein, weil wir haben zwar eine Parlamentsarmee und das ist was ganz Besonderes in unserem Land im Vergleich zu anderen Ländern. Also der Bundestag muss jeden Bundeswehreinsatz entscheiden, aber nicht jede Waffenlieferung. Die Waffenlieferungen werden nicht im Parlament entschieden, sondern im Bundessicherheitsrat. Der Bundessicherheitsrat ist ein Ausschuss der Bundesregierung, der geheim tagt in Friedenszeiten zweimal im Jahr, aktuell in einem Umlaufverfahren und der Vorsitzende des Bundessicherheitsrates ist der Bundeskanzler. Und der regiert dieses Gremium mit der Tagesordnung, nämlich indem er bestimmte Dinge, die er nicht schließen will, gar nicht erst auf die Tagesordnung lässt. Also in der Frage der Ukraine hatten wir das, viele Hörer erinnern sich bestimmt, ganz am Anfang. Da ging es manchmal um Bundeswehrwaffen. Da war Christine Lambrecht damals, die Verteidigungsministerin zuständig. Oder es ging um Waffen der Industrie, die die Ukraine haben wollte. Und da war das Bundeswirtschafts- und Klimaministerium zuständig. Also Herr Habeck bzw. sein Staatssekretär Sven Giegold. Und die haben ganz schnell alles vorbereitet, dass der Bundessicherheitsrat positiv entscheiden könnte. Und Olaf Scholz hat aber einfach das nicht auf die Tagesordnung genommen und das dann monatelang verzögert. Also in der Frage Taurus oder Waffenlieferung allgemein, es ist keine Frage, die im Parlament entschieden wird. Dort wird allerdings ein deutliches politisches Signal gegeben. Wenn du dich erinnerst, Anfang des Ukraine-Krieges gab es einmal eine Parlamentsmehrheit für schwere Waffen. Einige Abgeordnete der Ampel waren so genervt von Scholz, dass sie gesagt haben, wenn wir jetzt nicht selber einen Antrag mit schweren Waffen machen dürfen, stimmen wir mit dem Antrag der Union. Daraufhin durften sie. Und so etwas Ähnliches ist ja in der vergangenen Woche passiert mit dem Codewort weiterreichende Waffen. Also ein Codewort eigentlich für Taurus. Also der Bundestag gibt dem Kanzler da schon doch deutliche Hinweise. Und es hat auch politisches Gewicht. Aber die materielle Entscheidung liegt beim Bundessicherheitsrat und damit letztlich bei Scholz. Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt? Ich bin Wim Orts und ich nehme euch in meinem Podcast Aha History – 10 Minuten Geschichte mit auf Zeitreise. Jeden Montag und Donnerstag beantworte ich Fragen zur Vergangenheit. Und dabei geht es auch um Themen, die so ganz sicher nicht im Geschichtsunterricht vorkommen. Aha History – 10 Minuten Geschichte. Hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Es war aber auch das Kanzleramt, das bei der Taurus-Lieferung auch ein Bundestagsmandat ins Spiel gebracht hat. Weil in der Scholz-Logik hieße es, wenn deutsche Soldaten an der Programmierung, an der Zielauswahl der Taurus-Marschflugkörper beteiligt wären, dann könnte es dazu führen, dass es ein Bundestagsmandat benötigt, weil das wie ein Kriegseinsatz gewertet wird. Ja, also in dem Moment, wo es nicht mehr um die Waffe geht, die man abgibt, sondern um den Soldaten, also um die Person. In dem Moment ist der Bundestag im Spiel, weil es keinen Bundeswehreinsatz ohne Mandat gibt. Und in der Taurus-Frage wurde dann immer sehr dezidiert untersucht, wenn wir einen Soldaten oder mehrere Soldaten in die Ukraine schicken und der programmiert nicht die Ziele, der erklärt nur, wie das geht, ist das schon ein Einsatz. Oder wenn wir es von hier aus machen, also wenn wir es in einer deutschen Stadt machen, in einer Kaserne, in einem Stützpunkt. Und wenn du dich erinnerst, die Abgeordneten und Offiziere haben ja auch solche Szenarien durchgesprochen. So, und die Bundesregierung, also vor allen Dingen das engere Umfeld von Olaf Scholz, stellt sich auf den Standpunkt, es würde ganz bestimmt eine Oppositionsfraktion klagen, dass jede Art der sozusagen Handreichung durch Bundeswehrsoldaten ein Mandatsfall wäre. Und diese Klage wäre in Karlsruhe gar nicht unaussichtsreich. Und tatsächlich, jetzt ist das ja bei diesen juristischen Dingen immer so, bevor ein Urteil da ist, weiß man es nicht, aber in der Vergangenheit hat Karlsruhe in die Richtung geurteilt, schon wenn die begründete Gefahr besteht, dass es sozusagen zu einem weitergehenden Einsatz kommt, muss ein Mandat quasi auf Vorrat beschlossen werden. Und die Scholz-Leute sagen, wir können es nicht brauchen, dass Karlsruhe darüber entscheidet, wir können die öffentliche Debatte nicht brauchen, das wäre alles kontraproduktiv. Jetzt mal angenommen, wir spekulieren jetzt ein bisschen, der Antrag der Union auf Taurus-Lieferung findet eine Mehrheit im Bundestag in der kommenden Woche. Kann sich Scholz dann diesem politischen Druck entziehen? Er muss sich ja fast entziehen, weil er sich ja jetzt festgelegt hat. Monatelang hat er ja nur gesagt, wir liefern jetzt nicht oder die Entscheidung steht nicht an. Und dann hat er ja erst gesagt, es geht nicht. Und dann hat er gesagt, es geht nicht, weil ich den Ukrainern nicht die Kontrolle geben will. Und diese zweite Festlegung ist express des Werbes erst erfolgt aufgrund des von den Russen veröffentlichten Leaks der Bundeswehroffiziere. Und deshalb haben sie es ja veröffentlicht. Also die Russen haben Scholz da, wo sie ihn haben wollten, dass er sich so weit festgelegt hat, dass er diese Position nur unter großen politischen Schaden würde revidieren können. Deshalb glaube ich, selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Bundestag in nächster Woche eine Mehrheit für Taurus hat, wird Scholz den nicht liefern. Interessanterweise geht das übrigens auch umgekehrt, dass die Regierung was liefert, was das Parlament nicht will. Da gibt es auch ein aktuelles Beispiel. Du erinnerst dich, vor ein paar Wochen hat die Bundesregierung ihre Position zu den Eurofightern für Saudi-Arabien revidiert. Also es hieß, wir liefern keine Eurofighter nach Saudi-Arabien, weil die das nutzen, unter anderem im Jemen die Houthi zu bombardieren. Und das steht auch sogar im Koalitionsvertrag der Ampel so wörtlich. Und weil Saudi-Arabien so Israel im Moment hinter den Kulissen die Stange hält und im Gegensatz die Houthis auf alles schießen, was sich im Meer vor ihnen bewegt, hat die Bundesregierung diese Position revidiert. Und Annalena Baerbock hat gesagt, gut, das machen wir jetzt. Wir liefern diese Eurofighter oder wir stehen als Deutsche der Lieferung nicht mehr im Weg und ist von ihrer eigenen Fraktion, von Anieszka Brugger, stellvertretenden Fraktionsvorsitzende und Verteidigungsexpertin der Grünen, dafür kritisiert worden. Also da wollte die Regierung mal liefern und das Parlament nicht. Und auch da galt, in diesen Fragen hat die Regierung das letzte Wort. Frage für Dagmar Rosenfeld, eingeschickt von Silvia Kotzian. Interviews mit Spitzenpolitikern, wie zum Beispiel Frau Faeser, die Innenministerin, gibt es da Vorgaben bezüglich der Fragen? Und warum entsteht manchmal zumindest bei mir der Eindruck, dass sich Politiker bei unangenehmen Fragen relativ leicht rausreden können? Ja, Frau Kotzian, das ist eine sehr gute Frage und Ihre Beobachtung ist auch richtig, dass es manchmal gestochen klingt und dass es manchmal auch so ist, dass die Frage nicht wirklich beantwortet wird. Das hat den Grund, dass in Deutschland beim schriftlichen Interview nicht das gesprochene Wort, sondern das autorisierte Wort gilt. Es gibt hier die Vereinbarung, die nirgends festgeschrieben ist und auch juristisch auf keiner Grundlage eigentlich beruht, dass Journalisten, die ein Interview mit einem Politiker führen, dieses Interview verschriftlichen und dann dem Politiker oder der Politikerin zur Autorisierung, zur Freigabe zuschicken. Und dazu gehört allzu oft, dass an den gegebenen Antworten nochmal ein bisschen geschraubt, gedreht, geschliffen wird. Und zur Wahrheit gehört aber auch, ich finde, das muss man sagen, dass auch wir Journalisten oft an die Interviewstruktur nochmal rangehen, Fragen komprimieren oder es etwas umstellen, sodass am Ende ein Gespräch rauskommt, was nicht ganz zumindest das gesprochene Wort wiedergibt. Und es gab mal einen Fall, der in Deutschland für sehr viel Furore gesorgt hat. Das waren nämlich die Kollegen der Taz. 2003 haben sie den Generalsekretär der SPD, der hieß Olaf Scholz, heute unser Bundeskanzler interviewt. Und offenbar ist dann bei der Autorisierung von Seiten der SPD-Pressestelle gefordert worden, dass die Journalisten ihre Fragen umformulieren. Die Fragen seien zu pfeffrig. Und da haben sich die Kollegen richtigerweise geweigert, weil die Fragen, die sind immer noch die Hoheit von uns Journalisten und an die geht niemand ran. Und wie wir unsere Fragen formulieren, das ist ganz allein unsere Sache. Und die SPD hat wohl so viel Druck gemacht, dass sie gesagt hat, naja, wenn ihr da nichts verändert, ziehen wir das Interview zurück. Und wenn ihr es trotzdem drucken würdet, dann schließen wir euch aus allen Hintergrundgesprächen aus. Dann seid ihr nicht mehr dabei, wenn wir sozusagen die Informationen, die nicht zum Schreiben, aber oft zum Wissen sehr wichtig sind, teilen wir nicht mehr mit euch. Und daraufhin hat die Taz das Interview mit Olaf Scholz auf der Titelseite gedruckt, aber seine Antworten alle geschwärzt und hatte als Zeile oben drüber stehen, geheime Verschlusssache Interview. Und hat da damals tatsächlich eine Debatte ausgelöst darüber, ob diese Autorisierungspraxis, wie sie gehandhabt und manchmal auch ausgenutzt wird, wirklich sinnvoll ist. Wir sind bei der Autorisierungspraxis geblieben, Robin. Gibt es bei dir so Erlebnisse bei Interviews, die du geführt hast und dann bekamst du etwas zurück zur Freigabe, was nur noch ganz wenig mit dem zu tun hatte, was man ursprünglich gesprochen hat? Na ja, ehrlich gesagt, das war ja damals 2003, als die Taz diese Kampagne machte, suchte sie sich Olaf Scholz als Ziel, weil Olaf Scholz als Generalsekretär der SPD und Verteidiger der Agenda 2010 sowieso so ein bisschen medial die Torte im Gesicht hatte. Also da hat man sich als Sparing-Partner nicht den Stärksten gesucht. Und jetzt darf man ja keine Vertraulichkeiten brechen, aber wir haben ja beide schon mal zusammen Kanzlerinterviews gemacht und ich habe auch schon mal Kanzlerinneninterviews gemacht früher und die Kanzlerinneninterviews kamen deutlich stärker verändert zurück als unser Kanzlerinterview letztes Mal. Also Angela Merkel war bekannt dafür, bei ihren Interviews extrem umzuschreiben. und die sind alle erschienen, weil sich keiner getraut hat, ein geschwärztes Kanzlerinneninterview zu veröffentlichen. Aber ich finde immer, der Knaller ist, also in Deutschland ist das allgemein akzeptiert und im Ausland kennen die das gar nicht, halten das auch für völlig absurd und witzig ist, wenn man nach Brüssel reist und interviewt einen deutschen EU-Kommissar, was gilt denn dann? Gilt dann die internationale Regel, also gesagt ist gesagt oder gilt die deutsche Regel, du darfst hinterher nochmal drüber gucken und ich glaube, der Kompromiss ist, solange man nach EU-Sachen fragt, gilt die internationale Regel und wenn man nach Parteisachen fragt, fällt man zurück in das deutsche System. Also es bleibt kompliziert. Ja, weniger kompliziert ist jetzt die Frage unseres Hörers Vicky Kapur. Man liest und hört immer wieder, dass Botschafter anderer Länder einbestellt werden, wie zuletzt der russische Botschafter hier in Berlin nach dem Tod von Alexej Nawalny. Was ist das Ziel von so einer Aktion und wie läuft so ein Treffen ab? Hat es vielleicht doch nur einen Symbolcharakter oder bewirkt man was damit? Das ist eine Frage, die man nur im Kontext beantworten kann. Also prinzipiell gilt, da gibt es so einen eingestuften Code in der Diplomatie. Die unterste Form ist die Einladung zum Gespräch. Und das ist sozusagen noch eine Schwelle unter der Einbestellung. Das ist wie zu Schulzeiten, oder? Wenn Eltern zum Gespräch eingeladen wurden, obwohl das war schon immer brenzlig. Also das ist sozusagen die erste Stufe. Die zweite Stufe ist die Einbestellung des Botschafters und dann kommt die Anweisung zur Abberufung des Botschafters, also holt den Gefälligsten nach Hause und dann kann ein Land seinen Botschafter abberufen seinerseits, weil es sauer ist und das letzte ist dann die diplomatischen Beziehungen abbrechen. Ich dachte immer, das wäre irgendwo festgelegt. Interessanterweise ist es das aber gar nicht und das weiß ich, weil der Abgeordnete Bijan Giyasarai im Nebenberuf FDP-Generalsekretär vor zwei Jahren eine kleine Anfrage stellte ans Auswärtige Amt und fragte, wie oft wurden in den Jahren 2018, 2019, 2020 deutsche Botschafter in den Gastländern einbestellt. Und die Antwort, die er bekam von der Staatssekretärin Antje Leendasse war, es gibt überhaupt keine Definition, was eine Einbestellung ist und deshalb können wir das auch nicht zählen, lustigerweise. Klingt jetzt wie eine Ausrede, ich glaube aber, warum sie nicht spezifisch geworden ist, es gibt so Länder, da gehört das zum Kult. Also zum Beispiel, glaube ich, gab es noch nie einen türkischen Wahlkampf, wo nicht westeuropäische Botschafter einbestellt wurden, weil Erdogan eigentlich zeigen wollte, dass er irgendwie der Tollste ist. Also ich glaube, wenn in Norwegen ein Koran verbrannt wird, wird auch der deutsche Botschafter einbestellt, um den schon mal vorab zu sagen, dass man das alles für ganz schlimm hält. Und dann gibt es diese Einbestellung, wenn die Länder markieren wollen, dass sie sauer sind. Zum Beispiel erinnere dich mal an Lena Baerbock. Auf ihrer vorletzten oder drittletzten US-Reise gab ein Interview dem Fernsehsender Fox, wenn du dich erinnerst, also dem rechtskonservativ. Die Diktatoren-Nummer war es. Genau, also Frau Baerbock wollte eine Brücke schlagen ins Lager der Fans von Donald Trump und dachte sich, was gibt es, was uns verbindet? Wir mögen beide nicht die Chinesen und sagte dann auf Fox News, wenn Putin diesen Krieg gewinnen würde, was wäre das für ein Zeichen für andere Diktatoren auf der Welt, wie Xi, wie den chinesischen Präsidenten. Und das fanden die Chinesen gar nicht witzig und bestellten die deutsche Botschafterin Patricia Flor ein und teilten ihr mit. Eine schwere Verletzung der politischen Würde Chinas, eine offene politische Provokation, extrem absurd und wir sind zutiefst unzufrieden. Und wie so oft bei Frau Baerbock hat sie ja völlig recht, das ist eine Diktatur, Xi ist ein Diktator, aber man fragt sich auch, was hat das jetzt geholfen, dass die höchste Diplomate in Deutschland das nochmal offen gesagt hat? Also was genau ist jetzt besser geworden dadurch? Aber sowas passiert. Ich glaube, die Schweiz hat auch mal den deutschen Botschafter einbestellt, als Peer Steinbrück davon fantasierte, die Kavallerie loszuschicken, um das Steuergeheimnis der Schweiz zu knacken. Da wurde auch, ja, also das ist immer so ein bisschen kontextabhängig, wie heftig das ist. Eine Frage für Dagmar von Silke Wulfat. ist es nicht sehr kurzsichtig, dass der FDP-Landesverband in Thüringen keine finanzielle Unterstützung aus der Bundes-FDP für den Wahlkampf erhält, wo doch gerade in diesem Jahr in Thüringen die Wahl so bedeutend ist, das ist keine Frage von Herrn Kemmerich, sondern von Frau Wulfat, ich betone das, sollten nicht gerade jetzt alle Mittel aller demokratischen Parteien gebündelt werden, weil es ja auf Sicht auch gegen die hohen Zustimmungswerte der AfD geht. Und ist es üblich, solche finanziellen Hilfen zu verweigern? Also, gerade weil die Wahl in Thüringen so wichtig ist, gibt es keine Finanzhilfen von der Bundespartei. So rum könnte man es auch drehen. Also, Thomas Kemmerich steht ja für den Sündenfall der FDP, weil er im Februar 2020 sich mit den Stimmen der AfD im Erfurter Landtag zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Und das, obwohl es in der Bundespartei den Beschluss gibt, jedwede, wie auch immer, geartete Zusammenarbeit auszuschließen mit der AfD. Und Kemmerich ließ die Bundes-FDP damals alles andere als gut aussehen. Und die Erklärungen, die Parteichef Christian Lindner dann hinterhergeliefert hat, muss man sagen, haben die Sache nicht unbedingt besser gemacht. Lindner sagte damals, Kemmerich sei übermannt worden und habe spontan eine Entscheidung getroffen, die Wahl anzunehmen. Und diesen Fehler, so Lindner, habe er mit seiner Rücktrittsankündigung korrigiert. Da müsse man erlauben, dass jemand sich selbst auch korrigieren kann. So ganz korrigiert hat sich Kemmerich dann aber ehrlicherweise doch nicht. Er ist zwar zurückgetreten, aber er hat sich dann doch sehr von Lindners Erklärungen distanziert. Man könnte auch sagen, er hat sie demontiert. Denn wenige Monate nach diesem Februar 2022 hat Kemmerich erklärt, nicht die Annahme der Wahl war der Fehler, sondern der Umgang der anderen demokratischen Parteien mit der Situation. Ja, jetzt muss man natürlich fast eine Lanze für Kemmerich brechen, weil wir wissen ja mittlerweile durch Recherche, es war so, dass dieser Thüringer Fall ein Anlass sein sollte für die SPD, vor allen Dingen in Person ihrer damals ganz neuen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die große Koalition mit Angela Merkel zu sprengen. Und die sagten der Merkel, wenn dieses Kemmerich-Ding nicht geheilt wird, dann ist deine Regierung zu Ende. Und daraufhin hat die Merkel dem Lindner gesagt, du musst den Kemmerich anrufen, der Kemmerich muss zurücktreten. Und als das ein paar Wochen später Herr Kemmerich alles so erfuhr, war er ganz schön sauer. Ja, aber nichts jetzt so trotz unabhängig von diesem Hintergrund, den du jetzt nennst, Robin, war natürlich die Wahl zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD ganz eindeutig ein Verstoß gegen den Unvereinbarkeitsbeschluss. Also es war ein Fehler von Kemmerich, diese Wahl anzunehmen. Christian Lindner hat das auch nicht sofort so gesehen, muss man sagen. Seine ersten Reaktionen darauf waren andere als diese dann, die ich eben zitiert habe. Aber die Erklärung dann von Kemmerich, später zu sagen, es war kein Fehler, sondern der Umgang der anderen war der eigentliche Fehler, der hat dazu geführt, dass das FDP-Präsidium schon im Oktober 2020 entschied, ein Spitzenkandidat Kemmerich bekommt keine Unterstützung von uns. Und das hat man ja schon fast vergessen, es sollte ja eigentlich im April 2021 Neuwahlen geben in Thüringen und die sind dann mehr oder weniger wegen Corona abgesagt worden. Und insofern ist, dass die FDP jetzt wieder sagt, ein Kemmerich bekommt von uns keine Unterstützung, eigentlich nur konsequent, weil sie das fortsetzt, was sie schon vor mehr als drei Jahren einmal beschlossen hat im Präsidium. Oder siehst du das anders, Robin? Nee, wobei die Interessante wollte es ja, dass man erst dachte, es ist ein schlimmer Nachteil für Kemmerich, weil er halt weniger Geld hat, um Plakate zu drucken. Aber mittlerweile verwandelt es sich ja in einen Vorteil, weil Herr Kemmerich daraus die Geschichte macht, bei uns kann man FDP wählen, ohne was mit der Ampel zu tun zu haben. Ja, also er redet ja sehr schlecht über die Grünen, er sagt, mit den Grünen geht's alles nicht und er sagt, die Liberalen, die mit den Grünen zusammen in Berlin alles vermurksen, das sind ja die gleichen Leute, die ganz böse zu mir sind. Deshalb könnt ihr bei mir FDP wählen, ohne in Ampelverdacht zu geraten. Das ist so ein bisschen die Methode Zastro, die er da übernommen hat. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Landesverbände auch anderer Parteien sich versuchen, von ihren Regierungen abzusetzen und einen Wahlkampf gegen Berlin machen. Also Zastro hat damals plakatieren lassen, Sachsen ist nicht Berlin. Und selbiger Zastro hat das doch jetzt noch einen Schritt weiter getrieben und das FDP-Boot verlassen und sein eigenes Schiffchen aufs Wasser gesetzt, oder? Arbeitet der nicht an einem Team Zastro zur sächsischen Landtagswahl? Genau, der ist auch aus der FDP medienwirksam ausgetreten. Ja, also soweit ist Herr Kemmerich noch nicht. Nein, aber lass uns doch mal diesen Moment über Landeswahlkämpfe der FDP nutzen, weil es ist ja tatsächlich so, dass die FDP einen sogenannten Kampagnenfonds hat, über den werden sozusagen Landtagswahlkämpfe mitfinanziert und auch, ganz wichtig, mitgesteuert. Also das ist sehr zentralistisch organisiert. Und dass es diesen Fonds überhaupt gibt, damit hat auch einen Landtagswahlkampf zu tun, nämlich der der FDP Brandenburg aus dem Jahr 2015. Damals war die FDP in der APO und hat gerade versucht, sich wieder zu berappeln und wieder als seriöse, wählbare Partei wahrgenommen zu werden. Und in Brandenburg ist man auf die Idee gekommen, den Slogan zu plakatieren, keine Sau braucht die FDP. Das ist ehrlicherweise eine saudumme Idee gewesen und das hat man auch in der Bundespartei damals so. Ironie funktioniert null. Das hat man in der Bundespartei auch so gesehen und ich glaube auch mit ein bisschen Druck aus der Bundespartei hat es dann dazu geführt, dass die eine zweite Welle an Plakaten losgetreten haben, beziehungsweise sie haben dann Störer drucken lassen, die sie auf die keine Sau-Plakate geklebt haben und die lauteten dann, jeder Arbeitslose braucht die FDP oder jeder Autofahrer braucht die FDP. Aber was diese Schweinekampagne dann tatsächlich bewirkt hat, ist, dass man die Wahlkämpfe zentralisiert hat. Also diese Kampagne war das beste Argument, diesen Kampagnenfonds und die Mitsprache der Bundespartei einzuführen. Und ausgerechnet eine liberale Partei, in der Freiheit ganz, ganz groß geschrieben wird, die mischt sich von Berlin aus doch, muss man sagen, in die Wahlkämpfe der Länder ein, die ja eigentlich Sache der Landesverbände sind. Ist das bei anderen Parteien auch so oder ist das ein FDP-Spezial? Also prinzipiell gilt die Daumenregel, die SPD ist zentralistisch, die machen alles aus dem Willy-Brandt-Haus und wenn man sich an den letzten Wahlkampf erinnert, das war ja auch wirklich aus einem Guss, diese ganzen Kandidatenplakate sahen ja alle auch so ähnlich aus wie Olaf Scholz und die Partei, die das am wenigsten gebacken kriegt, ist traditionell die Union und zwar nicht nur wegen dem CSU-CDU-Gegensatz, wo die dann in der CSU sagen, Laschet plakatieren wir nicht oder ähnliche Dinge, sondern auch innerhalb der CDU. Also Beispiel letzte Bundestagswahl findet gleichzeitig statt, die Berliner Landtagswahl und die Wahl in den Berliner Bezirken. Also jetzt hier in der Hauptstadt drei Wahlen gleichzeitig und die CDU schafft es, bei diesen drei Wahlen, die gleichzeitig plakatiert werden, drei unterschiedliche Werbelinien zu haben, weil nämlich die Landespartei gesagt hat, die Bundeskampagne von Armin Laschet ist Mist, die sieht Mist aus, wir machen andere Farben und andere Logos und von den Bezirken haben ein Teil der Leute auch gesagt, das gefällt mir auch nicht, aber ich habe einen Schwager, der kann Photoshop und das mache ich jetzt auch irgendwie anders. So und du hast also in einem Bezirk die CDU in drei verschiedenen Farben und Formen gehabt und ich verstehe nichts von Werbung, aber jeder, der was von Werbung versteht, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und deshalb war ja eine der ersten Sachen, die Friedrich Merz und seine Leute gemacht haben jetzt bei der Neuaufstellung der CDU, neue Farben, neues Logo. Cardinabia Blau und wie hieß das andere? Es gab noch ein Cardinabia Blau und Rhön aus Rhöndorf irgendwas. Rhöndorf-Türkis oder so oder umgekehrt. Du hast dich darüber lustig gemacht, aber wenn die das schaffen, dass sie alle in Cardinabia Blau plakatieren, dann ist schon was gewonnen. Konrad Adenauer wird es freuen. Robin, gefreut habe ich mich auch über diese Folge von Nachgefragt und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen für uns haben, bitte schicken Sie die an machtwechsel at welt.de, damit Robin auch nächste Woche wieder sagen kann, auf Wiederhören.